Das macht für mich keinen Sinn. Hm. Ach, Moment. Nein, da kommt man ja nicht durch. Ach, Moment, nein. Ich würde jetzt auf die Idee gekommen, hochhauen, aber der Block ist ja nicht da. Hä? Vielleicht ist das nur... Nein, ich hasse Puzzle. Geht hier was? Au. Okay. Musiknoten und... Was ist hier kaputt? Eine Pyramide vielleicht? Okay, irgendwas scheint da zu sein. Hm. Brauche ich das Teil? Okay, ich schmeiße es jetzt weg. Ich brauche es irgendwie nicht. Da oben kann ich es immer noch nicht verwenden. Hier macht es überhaupt gar keinen Sinn. Kann ich die gleichzeitig nehmen? Ach, ich kann den Scheiß... Oh Gott, das war jetzt schlecht. Ich kann den Scheiß nie. Okay. Ähm. Nein. Hm. War das jetzt gut oder schlecht? Ich sei es, der hätte zur Sicherheit noch nicht. Okay, da habe ich doch eh jetzt einen Koopa. Da ist... Oh Gott, das ist doch so ein kompliziertes Koopa-Hauspiel. Da habe ich ja schon einen P-Switch. Darf ich euch berühren? Hm. Wozu ich den Trampolin hier habe, weiß ich immer noch nicht. Oh Gott, es leckt. Warum? Nein! Das war jetzt aber. Gut, P-Switch. Ähm, ähm, ich will mal absichern. Soweit ich weiß, tut der P-Switch die nicht in Münzen verwandeln, aber... ...ausprobieren darf man es ja. Okay. Ähm. Oh Gott, den habe ich schlecht. Oh Gott, das kühlt mich jetzt bestimmt. Ja, ich denke nach, deswegen ist der Kaiser still. Ähm, Trampolin... Was? Ich glaube, es war ein Fehler, den Trampolin mitzunehmen. Das war kacke. Nein, Mann, ey, das ist echt ein... Das ist schon über 10 Minuten lang, das weiß ich. Oh, ich wollte dich mitnehmen. Nein, jetzt komm... Was? Mit dem P-Switch komme ich eh durch. Okay, nicht safe staten, weil... Okay, ich mache folgendes. Ähm. Genau. Ich habe echt null Ahnung in solchen Sachen. Äh. Gott. Ich checke immer noch nicht, wozu brauche ich diesen Cooper. Kann mir das denn erklären? Ich bin in sowas echt schlecht. Komm schon. Mwach. Komm, schon, so, los, los, ah, aber, aber, wie krieg ich dich jetzt? Oh, ah, shit, okay, ich hab das Puzzle-Glaube gelöst, hoffentlich, haha, ja, bitte, Puzzle-Part gelöst, und das ist jetzt nochmal, diesen Yoshi solltest du lieber nicht verlieren, BenVV, okay, das, ich vertraue dir nicht, dass der Part leicht sein soll. Da, okay, vielleicht bin ich zu mischt, trauisch, aber, wenn du schon sagst, ich sollte diesen Yoshi am besten nicht verlieren, dann merke ich mir das auch. Hm, 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 oh Gott, so, jetzt aber diese Pokeys erstmal auffressen, okay, dunkle Lava, ist das überhaupt aus dem Hautspiel? Ich weiß nicht, oh Gott, hm, so. Der Keil stellt sich vollkommen blöd an bei seinem ersten Hack, ja, Hack was? Let's Play oder Review? Ich weiß es aber, oh, cool. Ich dachte, es ist nicht Kaizumi, okay, mit Yoshi ist es echt einfach. Okay, es ist einfach. Und auch ohne Yoshi machbar, glaube ich. Der macht Flügel, so viel weiß ich. Ja, so wenig Ahnung habe ich jetzt auch wieder nicht. Ich will den ersten höchsten Punkt erreichen. Nein! Ich wollte hochfliegen. Egal. Ich habe noch nie die oberste Spitze erreicht, soweit ich weiß. Boom. Cool, ich habe im normalen Part echt keine Safe-Stats gebraucht. Ähm, BenVV, ich bin mit deinem Hack echt zufrieden. Wenn ich von 10 Punkten was verleihen würde, ich würde dir... Ich glaube, 8 geben. Ja, keine Custom Music, keine Custom Spice oder so. Aber es ist echt saugut. Es schwingt so zwischen 7 und 8. Warum nicht die 8? Ja, ich verleihe keine Punkte. Aber das ist so ein Teil, wo ich die Invisible Blocks gesehen habe. Und ich mir gesagt habe, es ist nicht machbar. Solche Stellen liebe ich. Ähm, Ter End. Kann das sein, dass du das geschrieben hast? Oh, die Idee ist auch geil. Okay, du hast die 8 Punkte. Du hast diesen Löffel hier auch noch editiert. Du bist genial bei VV. Gut. Ähm, ja. Ähm, Arbeiter dem Heck weiter. Ich finde ihn genial. Es könnte noch was Gutes draus werden. Und ja. Das war's von mir. Euer Kyle. Nur hol sieben. Hm. Ja, ich will noch gucken, ob das jetzt auch alles war. Editierte Overworld ist immer nett. Also, ich meine, dass er jetzt den Weg nach rechts blockiert hat. Hm. Es geht immer noch nicht richtig nach rechts. Also, ich sehe jetzt auch nichts verpackt an der Overworld. Das ist klasse. Ja, das war's jetzt aber von mir. Wirklich. Bis bald. 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 Vielen Dank.